Ich bin's wieder, Max Zahn, heute aus Frankfurt und ich möchte mit Jan Miller reden, dem Marketingleiter von Netriodos Bank. Hallo, Stefan. Hallo. Zu Beginn möchte ich einfach mal, dass Sie so ein bisschen was über Ihre persönliche Laufbahn erzählen oder gerade über diese Bank, weil ich habe ein bisschen recherchiert und das ist doch eine ziemlich spezielle Bank, was ich so bisher noch nicht gesehen habe, weil die Banken, die man so kennt, die Werbung machen, die groß sind, die werben immer mit anderen Dingen als Sie, weil ich habe gesehen Nachhaltigkeit, Umwelt, Ökonomie und ich möchte einfach wissen, wie Sie vor allem erstens, wie Sie darauf gekommen sind und wie Sie das umsetzen, weil eigentlich ist es eine ziemlich gute Werbeidee, aber warum macht das keine anderen Banken, also warum macht nur Ihr das, was macht Euch so speziell? Okay, also vielleicht erst kurz zu meiner Laufbahn oder, nee, erst mal ist es richtig, also wir sind eine andere Bank. Einerseits sind wir eine ganz normale Bank, würde ich sagen, wir machen das, was eine Bank ganz klassisch tut, aber wir sind eben anders, weil wir ganz bewusst mit dem Geld umgehen und es eben nicht einfach nur zur Vermehrung irgendwo hinbringen, sondern uns genau überlegen, wie wir und was wir damit tun. Das war auch das, was mich sehr fasziniert hat. Ich habe keine bankfachliche Ausbildung, sondern habe Psychologie studiert und BWL im Nebenfach und hatte das Glück, durch wirklich einen Zufall in einem anthroposophisch gegründeten Unternehmen bei Hess Natur im Versandhandel für Ökotextilien als Student zu arbeiten. Man hat dort lange, lange Jahre gearbeitet und sehr viele Möglichkeiten gehabt, mich auszuprobieren und etwas dazu zu lernen, sodass ich am Ende nach 13 Jahren nicht der Student war, sondern Marketingleiter dort. Und dann wurde ich abgeworben von Alnatura, die eine ganz ähnliche Gründungsidee hatten, auch aus einer anthroposophischen Bewegung entstanden waren, wo es um Bio-Lebesmittel ging, aber auch um Biotextilien, die nicht unter dem Label Alnatura erscheinen. Und dort habe ich drei Jahre lang gewirkt als Marketingleiter für die Textillinie, die sie entwickeln, produzieren und damit handeln. Und es war tatsächlich auch ein Zufall, nach ungefähr drei Jahren rief mich die Triodos-Bank an und Georg Schönmann, der Geschäftsleiter, suchte ganz gezielt jemanden, der kein Banker ist, der aber eine hohe Affinität zur Nachhaltigkeit und zur Wirtschaft hat. Und da waren wir bei mir auf den zweiten Blick ganz sehr wichtig. Also auf den ersten Blick konnte ich damit gar nichts anfangen, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe erst mal gesagt, so mit Geld verdienen ist nicht meine Welt. Mir geht es irgendwie um die reale Wirtschaft, um die Produktion und den Handel mit guten Dingen zu fördern und die Wertschöpfungskette dahinter einfach im Blick zu haben und dafür Werbung zu machen. Das war meine Funktion. Und ich habe relativ schnell verstanden, dass die Triodos-Bank da sehr viel mit zu tun hat. Dass sie nämlich ausschließlich an der Realwirtschaft sich drankoppelt und die Realwirtschaft mit Geld versorgen möchte. Und dass sie versucht, noch einen viel größeren Hebel zu bedienen, als meine vorherigen Arbeitgeber das eigentlich gemacht haben. Weil es ja immer nur um ein Produkt oder um eine Produktkategorie ging und die Menschen mussten immer was kaufen, damit die Welt ein bisschen besser wird. Und das hat mich dann sehr fasziniert. Und es ist nämlich tatsächlich so, dass eine Nachhaltigkeitsbank genau das zum Ziel hat. Sie macht erst mal ein ganz normales Bankgeschäft. Das heißt, es gibt Menschen, die vertrauen ihr das Geld an, mit dem Girokonto, mit einem Tagesgeld, mit einem Sparplan oder vielleicht, wenn sie Risiko mögen, investieren sie in Fonds. Und was die Triodos-Bank und ihre Töchter, die dann die Fonds betreibt, macht, ist, das Geld eben ganz gezielt in nachhaltige Organisationen zu geben. Das heißt, dort wirklich ganz gezielt in die Wirtschaft zu geben und dadurch, dass diese nachhaltigen Unternehmen wachsen und die Zinsen bezahlen können an die Bank, die das Geld geliehen hat, wächst die Triodos-Bank sozusagen auch und verdient ihr Geld. Im Grunde genommen so das ganz ursprüngliche Bankmodell. Es gibt Leute, die vertrauen mir Geld an und ich verleihe es weiter an jemanden, der jetzt in die Zukunft investieren möchte. Eben, das klingt für mich auch ziemlich logisch eigentlich. Oder für alle jungen Menschen klingt das auch ziemlich logisch, dass man der Welt was Gutes tut. Aber warum gibt es das nur so selten? Also warum gibt es jetzt neben Ihnen und der GLS-Bank keine anderen so richtig Nachhaltigkeitsbänker, sondern eben diese wirklich großen Bänke sind alles andere Bänke? Ja. Warum? Aber was? Also es ist natürlich eine schwierige Frage, warum es das nicht gibt. Meine Wahrnehmung ist, dass es gerade in Deutschland zum Glück ganz schön viele Banken gibt, die eine tolle Arbeit leisten. In dem ganz klassischen Sinne, die kleine Sparkasse oder Volksbank vor Ort, die den Menschen ermöglicht, ein bisschen Geld zu sparen oder eben ein Girokonto zu haben und die das Geld dann eben umformt in Kredite, in Kreditfinanzierung für die Unternehmer in der realen Wirtschaft, in der Region, die sozusagen, also dann auch den Lebensraum und die Lebensqualität damit mitgestaltet. Insofern würde ich Ihnen widersprechen, dass es gar nicht, es gibt vielleicht gar nicht so wenige Banken. Es gibt wenige Banken, die bei der Kreditvergabe so wählerisch sind, die ganz klar sagen, unser Geld geht nur in ökologisches, in soziales, in kulturelles Engagement, sondern das klassische Bankgeschäft und so habe ich das auch empfunden, als ich noch gar nicht mit Banken zu tun habe. Da geht es immer nur darum, wie viel Risiko nehme ich oder bin ich bereit in Kauf zu nehmen und wie viel Rendite oder wie viel Zins kriege ich dafür. Also je mehr Risiko ich übernehme, umso mehr Geld kann ich daran verdienen. Das heißt, die klassische Bankwirtschaft hat sich immer nur auf diesen zwei Dimensionen eigentlich gemessen. Für wie lange noch ist noch die dritte Dimension, wie lange lege ich mich fest. Aber es ging immer eben nur um die Vermehrung von Geld. Und das, was die Nachhaltigkeitsbanken unterscheidet, ist, dass wir noch, wenn man die Zeit noch nimmt, eine vierte Dimension hinzufügt und nämlich, was macht denn das Geld? Das heißt, wie wirkt das Geld? Was, wenn ich ein Unternehmen finanziere, das kann im klassischen Bankssinn ganz rentabel sein für alle, für die, die das Geld der Bank anvertraut haben, für die Bank selber. Aber wenn das leider ein Waffenexporteur ist oder ein Rüstungskonzern, dann macht der vielleicht ein riesen Wachstum, weil die Zeit gerade gut ist für Kriege und Waffenproduktion. Aber wollen wir das? Wollen wir das mit unserem Geld Waffenproduziert, am Ende Menschen getötet werden? Und diese Frage, was macht das Geld? Welches Unternehmen soll das Geld bekommen und welches nicht? Das ist eine Dimension, die die Nachhaltigkeitsbanken eben hinzugefügt haben. Und ich glaube, das ist an der Zeit, dass es dafür ist. Für mich klingt das total logisch. Ich weiß gar nicht, warum Sie nicht Bekannten, also warum Sie keinen so großen, schönen Turm haben wie andere Banken in Frankfurt, weil für mich als junger Mensch klingt das eigentlich noch logisch. Sie haben eben gesagt, wie wirkt das Geld? Dafür müssen wir uns ja erst mal fragen, was ist das Geld überhaupt? Also was ist das Geld? Weil ich finde, gerade in letzter Zeit verschwindet Geld immer mehr. Also das Bargeld, das typische Bargeld, was wir kennen, wird immer mehr abgeschafft. Es fließt immer mehr in irgendwelche Zahlen auf dem Computer. Also was ist eigentlich das Geld aus Ihrer Sicht? Also ich, wie gesagt, ich bin kein Banker. Ich kann nur persönlich interessanter, Sie sind kein Banker und haben darum eine, glaube ich, ganz andere Sicht als andere Menschen. Ja, also ich habe mich gerade ertappt, wie ich überlegt habe, wie würde man, was würde man vielleicht in einer Bankfachausbildung dazu lernen? Ich weiß es gar nicht, das wollte ich damit sagen. Ich habe zwei Sachen, die mir einfallen. Einmal ist Geld tatsächlich ein Tauschmittel, also es ist ein Zahlungsmittel, das ist vielleicht jetzt auch sehr geläufig das Wort. Das heißt, es ermöglicht mir nicht Waren einzutauschen, sondern es ermöglicht durch seine Neutralität, dadurch, dass es einfach ein Symbol ist, eben einen Handel zu betreiben, einen Austausch von Leistungen einfach zu ermöglichen, der eben sehr neutral ist. Andererseits ist Geld, aus meiner Überzeugung, immer einfach Schuld. Geld ist immer ein Ausdruck von Schuld. Das heißt, wenn ich jemandem einen Apfel gebe oder einen Sack von Kartoffeln und möchte seine Gegenleistung, in dem Moment, wenn ich die Kartoffeln weggegeben habe, dann ist ein Ungleichgewicht da. Das heißt, es entsteht eine Schuld und die Schuld wird beglichen durch das Geld. Das würde ich sagen. Und das ist auch das, was zum Beispiel die Trinodos Bank hier macht, wenn wir Geld verleihen. Es gibt dann einen Schuldner, der uns das Geld wieder zurückzahlen muss. Und dafür brauche ich das Geld, um diese Schuld, um dieses, ich gebe dir etwas, damit du in die Zukunft investieren kannst, irgendwie auszudrücken. Dann ist weniger Geld eine Schuld, sondern Geld ist quasi das, was die Schuld wieder wegmacht. Also quasi Geld als Hilfsmittel, um uns zu unterstützen in unserem Alltag, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ich meinte es philosophischer, dass Geld einfach ein Mittel ist, um diese Schuld auszudrücken. Am Ende ist es absolut richtig, benutze ich das Geld wieder, um die Schuld wieder zu begleichen. Und Sie haben also als ersten Punkt zu Geld gesagt, dass es ein Tauschmittel ist. So war das aus meiner Sicht, so ist das aus meiner Sicht auch immer noch, weil ich habe noch kein Konto und so weiter, weil ich habe einfach viel lieber Bargeld in der Hand. Weil damit gehe ich zum Bäcker, bekomme ein Brot und gebe es einen Euro hin. Und das ist richtig tauschend, finde ich. Aber aus meiner Sicht ist es so, immer mehr verschwindet das Geld eben auf eine Karte, einfach eine kleine EC-Karte, auf der man dann scheinbar ganz viel Geld hat. Wofür steht Ihre Bank? Also haben Sie noch richtig ein Ressort mit Bargeld oder sind Sie, oder wie stehen Sie persönlich dazu, dass das Bargeld immer mehr verschwindet und quasi zu unvorstellbaren Zahlen im Computer wird? Also einmal aus Ihrer Sicht und einmal aus Ihrer Bank vielleicht. Ja, das ist schwierig. Also vielleicht noch kurz zu den Tauschmitteln. Ich glaube, wenn ich beim Bäcker bin und ihm 2 Euro für das Brot gebe, bei uns mittlerweile eher 3,80 Euro, dann ist der Tausch aus meiner Sicht nicht Brot gegen Geld, sondern das Geld habe ich nur als Mittel, als neutrales Mittel. Was ich eigentlich tausche, ist meine Arbeitskraft, die ich zum Beispiel jetzt bei der Triolus-Band einbringe und von meinem Arbeitgeber Geld bekomme und dafür Brot kaufe. Das heißt, ich tausche eigentlich meine Arbeitskraft gegen das Brot, gegen die Arbeitskraft, die der Bäcker in dieses Brot hineingebracht hat. Das ist der eigentliche Tausch. Wofür wir das Geld gut brauchen können, ist, dass wir diesen Tausch machen können. Weil er meine Werbearbeit für die Triolus-Band nicht braucht. Aber er kann das Geld gebrauchen, um das nächste Brot zu packen oder seine Familie zu ernähren. Also insofern würde ich sagen, es ist ein Mittel zum Tausch, aber Geld an sich hat sonst keinen Wert, eben nur, dass es uns das ermöglicht. Zum zweiten Teil der Frage, die Triolus-Band ist eine reine Internetbank. Das heißt, wir haben nicht mal hier in unserer Niederlassung in Frankfurt eine Kasse. Wir sind, hier gibt es vor allem Neuen und Einsen. Das ist tatsächlich so. Das ist alles in Computern gespeichert. Wenn jemand von seinem Arbeitgeber Geld bekommt, dann vermerken wir das sozusagen auf dem Konto. Aha, da sind jetzt 1.000 Euro mehr auf dem Konto. Und der Mensch, der Kunde, der das Konto bei uns führt, kann an jedem Geldautomaten in Deutschland seine Karte reinstecken von der Triolus-Band und kann von diesen 1.000 Euro eben wieder Geld abheben. Das heißt, das Bargeld holt man sich dann und dort, wo man es braucht. Auch heutzutage zahlen die meisten, viele Menschen ja auch schon dann auch digital, dass man einfach noch mit im Internet mit einer Kreditkarte oder eben an der Kasse mit der EC-Karte, mit der Giro-Karte bezahlt. Insofern, meine Sicht darauf ist, ich finde Bargeld wichtig aus ganz anderen Gründen, weil es eine Freiheit für die Menschen ist, überhaupt gar nicht überwacht zu sein. Das finde ich, ich glaube, das ist kulturell sehr wichtig. Da sind wir als Gesellschaft noch nicht so weit, darin umzugehen. Und auch die Unternehmen sind noch nicht so weit. Wieso noch nicht so weit? Früher war es doch noch so. Das heißt, es entwickelt sich ja eher so dahin, dass es immer digitaler wird, das Bargeld. Genau. Und ich finde, das wollte ich sagen, ich finde das nicht schlimm, dass es digital ist. Prinzipiell ist es genau das Gleiche. Es ist egal, ob ich einen Schein als Tauschmittel zwischen meiner Arbeitskraft und dem Bäcker benutze oder ob ich eine Karte benutze, wo dieser Geldtransfer sozusagen passiert. Also es ist einfach nur ein anderes Mittel. Früher hat man vielleicht Steine gehabt oder etwas anderes, um diesen Zahlungsverkehr sozusagen ein Symbol zu geben. Mittlerweile ist es so, dass sehr viel digital passiert in der Welt, überall. Alles ist sehr digital, nur noch 0 und 1 und passiert im Internet. Insofern ist es nur logisch, dass wir das für ein Geld auch machen, weil es einfach bequem ist. Ich glaube, insofern habe ich kein Problem damit, also mache ich keinen großen Unterschied zwischen digitalem oder papierhaften oder Münzgeld in seiner Funktion. Ich glaube, das Problem ist, dass das Daten sind, dass es sehr schlecht kontrollierbar ist, wer macht was mit diesen Daten. Nur Daten, kein Festgeld mehr. Das denke ich mir so, wenn irgendwo ausgesehen, eine 1 oder 0 ist ja nicht viel, wenn irgendwo noch eine 0 mit reinspringt, dann ist es gleich mal Geld, was eigentlich gar nicht da ist. Das stimmt, das stimmt. Das ist so unkontrollbar. Ich weiß noch, früher war das noch so, dass zu jedem Geld, das auf der Welt für einen schon der Goldanteil auch noch mit dazu sein muss, so ein bisschen, das habe ich über die Geschichte des Geldes schon gehört. Das ist jetzt einfach nicht mehr so. Von daher habe ich das Gefühl, dass manchmal einfach Geldsummen plötzlich da sind, die man eigentlich gar nicht da sind auf der Welt und dazu das Geld, was Ihre Bank verwaltet, ist das noch irgendwo, liegt das überhaupt noch irgendwo rum oder sowas dazu noch? Da bin ich, ich glaube, da kann ich nicht so richtig präzise darauf antworten, aber es gibt keine Gegenwert, es ist am Ende immer eine Frage der Bilanz. Natürlich brauchen wir Einlagen von unseren Kunden in der ausreichenden Höhe und wir geben fast 100% zur Zeit unsere Einlagen auch als Kredite raus. Insofern stimmt, wenn man das in Zahlen betrachtet, haben wir das Geld. Wir brauchen ja immer die Einlagen von den Menschen, weil wir müssen uns das Geld von woanders leihen. Aber es gibt keinen Tresor bei uns in der Bank, wo der Gegenwert immer verfügbar da wäre. Das ist nicht das Geschäftsmodell der privaten Bank. Sondern es ist tatsächlich so, wir benutzen die Schuld zwischen Menschen, damit sozusagen das Geld fließen zu lassen, auch wenn es kein Euro-Schein mehr ist. Okay, gut, danke. Also es war mir einfach nur wichtig, Ihre persönliche Meinung zu hören, weil ich selber finde das eigentlich nicht so cool, aber ich glaube, dafür müsste ich mehr in dieser Bank werden, um das richtig zu verstehen. Jetzt, um das Thema noch kurz zu wechseln, ein paar persönliche Erfahrungen. Was haben Sie denn schon so für gute und persönliche Erfahrungen mit Geld gemacht? Also einfach so kleine Beispiele, ob Sie schon mal irgendwas bereut haben, was Sie mit Geld angestellt haben oder ob Sie schon mal total glücklich waren, dass Sie Geld ausgegeben haben oder wie Sie mit dem Geld umgehen? Ja, mein persönlicher Bezug zu Geld ist nicht so liebevoll. Also ich schätze Geld an sich, ich beginne es eigentlich erst zu schätzen, die Funktion des Geldes. Seitdem ich in der Bankenwirtschaft arbeite und mich damit jetzt einfach auch viel beschäftigt habe, mein persönlicher Bezug ist eigentlich gar nicht so toll. Ich habe von Anfang an, auch als ich hier angefangen habe und die ersten Gespräche mit Georg Schömer und unserem Geschäftsleiter geführt habe, immer gesagt, dass Geld für mich eigentlich keinen Wert hat. Ich glaube, es geht immer um die Lebensqualität, die man, das Glück, jeder hat da vielleicht eine andere Definition davon, darum geht es für mich im Leben. Und es ist tatsächlich so, ich lebe in einer Welt, in der man für viele Dinge, die man sich wünscht, sei es ein Ausflug mit der Familie und auf der Sommerrodelbahn irgendwie dreimal mit den Jungs da runterzufahren, wo man dann Geld dafür braucht. Das Geld an sich ist mir aber total egal. Mir ist es wichtig, auf dieser Hohlbahn dreimal mit den Jungs runterzufahren, um die lachende Gesichter zu sehen oder eine Geschichte zu haben, über die man dann abends beim Schlafen gehen nochmal drüber nachdenkt und drüber lacht. Darum geht es mir im Leben. Und ich brauche dafür Geld. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, ob das vielleicht irgendeine große Anschaffung war oder sowas, wo ich wirklich so glücklich war, Geld auszugeben. Aber das ist nicht so. Bei mir sind es, also mein Bezug sind wirklich Erlebnisse in meinem Leben und die wirklich glücklichen Momente, die hatten nie was mit Geld zu tun. Also meine nächste Frage, schon so gut wie Sparen, weil ich frage mich nicht oft, macht Geld überhaupt glücklich? Weil es wird zwar, und es wird uns immer so suggeriert, wenn du Millionär bist, bist du irgendwie glücklich, weil du hast viel Geld und du kannst dir was Cooles kaufen. Aber ich glaube ja nicht, dass du das Geld hast, was wirklich glücklich macht. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es das nicht tut. Und das ist ein großes Problem, dass die Menschen das nicht, also dass es auch so schwer ist, sich damit auseinanderzusetzen und sich darin zu üben. Das ist am Ende ja eine Aufgabe für jeden selbst, zu sagen, nee, darum geht es doch gar nicht. Ich möchte glücklich sein, aber ich möchte nicht reich sein. Weil wir von überall her und von allen Menschen, die uns irgendwas verkaufen wollen, wofür man ja Geld braucht, immer hören, ich werde ja glücklicher, wenn ich das besitze, wenn ich so aussehe, wenn ich meinen Körper verändere, damit er noch schöner ist, das ist alles totale Krise. Was glücklich macht, sind Beziehungen und Erlebnisse. Ich glaube, wir brauchen ein gewisses Maß an Handlungsspielraum, dafür braucht man schon Geld. Das ist ja auch, was Menschen zum Beispiel mit dem Grundeinkommen ganz oft diskutieren. Natürlich brauche ich ja eine gewisse Sicherung, eine Sicherheit, dass meine Existenz gesichert ist. Sonst kann ich mich nicht entfalten und nach dem Glück suchen. Gut, danke sehr. Und jetzt will ich noch zum Abschluss ein bisschen über Schule sprechen. Weil es ist so, ich bin jetzt in der 10. Klasse und ich habe auch noch zwei Jahre und da habe ich mein Abitur jetzt ja noch 13 Jahre, glaube ich. Ich glaube, wir haben ja wieder. Ja genau, wir haben nur noch 12. Und danach bin ich quasi schon im Leben. Aber das Ding ist, ich weiß fast noch nichts über mein späteres Leben. Ich weiß noch, was ich machen will, aber gerade was Geld angeht, wird uns in der Schule fast nichts beigebracht. Und darum will ich Sie fragen, ob Sie irgendwelche Grundlagen zum Geld mir sagen könnten. Da will ich so ein bisschen weiß, wie ich klarkomme, also wie das Geld so ein bisschen funktioniert. Oder, na gut, das hat mir schon dabei. Ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll, wie ich halt später klarkomme im Leben mit dem Geld. Ich weiß, dass ich Geld verdienen werde, aber zum Beispiel so Sachen wie Steuererklärung. Meine Mutter sagt es mir so und ich fühle mich damit ab, aber ich weiß nichts damit anzufangen. Also so irgendwie eine Grundlage. Oder was man Schülern in der Schule am besten beibringen sollte, weil da lerne ich einfach nichts dazu. Und irgendwelche so bestimmten Themen, die uns helfen könnten. Ja, spannende Frage. Steuererklärung ist nicht meine Welt. Da habe ich auch eine kleine Software für 30 Euro, die mir einfach erklärt, was ich tun soll. Und mich interessiert es eigentlich auch nicht, wenn ich es viel zu kompliziert finde, wenn ich dieses Wissen nicht haben möchte im Detail. Aber ich glaube, es ist wichtig, eine Beziehung zu Geld oder ein Verständnis von Geld zu entwickeln. Eigentlich geht es nicht ums Geld, sondern es geht ums Wirtschaften aus meiner Sicht. Ich brauche als Mensch, wie eben schon gesagt, man braucht ein gewisses Maß an Konfort, aber in der Welt, in der wir leben zumindest. Vielleicht muss ich es anders anfangen. Es geht darum, ich brauche eine Bleibe, wo ich wohne, einen wahren Platz, wo ich schlafen kann. Ich brauche was zu essen und zu trinken. Und Bekleidung. Also ich brauche ein paar grundsätzliche Dinge. Was meine Aufgabe ist, was, glaube ich, die Aufgabe ist, wenn man ins Leben alleine, also in das völlig selbstverantwortete Leben übergeht, dass man lernt, was braucht. Dass man sich die Frage stellt und das herausfindet und auch damit ein bisschen experimentiert, was brauche ich denn überhaupt? Was ist mir wirklich wichtig? Und dann zu üben, wie viel Geld brauche ich denn dafür, um das zu bekommen? Wie viel Essen brauche ich? Welches Essen ist mir wichtig? Kostet das vielleicht mehr? Kostet das weniger? Wie kann ich das besorgen? Was kann ich vielleicht auch? Das ist die andere Frage, die man sich stellen muss. Was kann ich leisten, damit mir jemand vielleicht Geld dafür bekommt? Sodass man dann in diesen Wirtschafts-, in diese wirtschaftliche Verflechtung, in den Wirtschaftskreislauf mit einsteigen kann. Ich glaube, darum geht es. Und was einfach ein wichtiger Rat ist, dass man anfängt, Dinge aufzuschreiben. Gerade zu Beginn, viele Banken haben auch so eine Haushaltshilfe oder das gibt es jetzt auch als App, wo man einfach mal kategorisiert, wie viel Geld brauche ich denn wofür? Im Monat oder im Jahr? Und wann genau sind denn diese Ausgaben? Sind die immer zum gleichen Zeitpunkt? Manche Sachen, sowas wie eine Versicherung, auch was völlig leidenschaftlos ist, aber was man hat, wann wird die abgebucht? Ist das einmal im Jahr? Also wann muss ich vielleicht ganz viel Geld vorhalten, weil ich bestimmte Sachen kaufen möchte? Aber am Ende geht es um dieses wirtschaftliche Gefühl, das sie entwickeln müssen. Geld ist einfach nur ein Abbild von diesen Wirtschaften. Insofern hilft es an sich einfach Euro-Beträge aufzuschreiben, aber es geht um ein Verständnis, was brauche ich und was kann ich und wie kann ich das so einsetzen, damit ich möglichst glücklich bin. Und ich finde es sehr spannend für sie herauszufinden, wo sie dann landen. Also ich habe schon so unterschiedliche Menschen kennengelernt und so unterschiedliche Lebensentwürfe. Menschen, die ganz wenig brauchen, die sehr viel Kunst, Kultur, sehr viel Müßigkeit, sich für ein Leben entschieden haben, zu sagen, ja, mir ist es, das ist was, ich möchte mich geistig weiterentwickeln und ich möchte gar nicht immer Geld verdienen und irgendwo meine Arbeitskraft einbringen und dafür dann viel Geld haben. Nein, ich brauche ganz wenig, weil das, was mich glücklich macht, ist, irgendwo zu sitzen und etwas zu lesen oder eine Ausstellung zu besuchen oder etwas Künstlerisches zu schaffen. Und diese Menschen sind unglaublich glücklich, obwohl sie, das heißt, obwohl, ohne dass sie irgendwie ganz, ganz viel mit Geld zu tun hat, andere Menschen sind, haben einen ganz anderen Lebensentwurf und sagen, nee, ich habe einen ganz klassischen Traum, ich möchte ein eigenes Heim und ich möchte irgendwann eine Frau finden und dann möchte ich auch noch gerne zweimal in mir einen Urlaub fahren. Das ist in meinem Dorf oder in meinem sozialen Umfeld ist das üblich und ich möchte das auch gerne so. Ich möchte da auch dazugehören, das ist mir persönlich viel wichtiger, als dass ich viel Freizeit habe. Diese Menschen haben einen anderen Lebensentwurf und brauchen dann viel mehr Geld. Und das ist für sie die spannende Frage, wo werden sie rauskommen? Und was bedeutet das für sie dann in Sachen Geld? Geld verdienen und Geld ausgeben? Ja, gut. Danke sehr. Ich habe einiges Wissenswertes aus diesem kurzen Gespräch mitgenommen und ich werde mich auf jeden Fall weiterbilden, was Geld angeht und danke, dass ich kurz mit Ihnen sprechen konnte. Sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.